Hey ihr Lieben, ein Wunderschön und es freut mich total, dass ihr dabei seid. Das ist für mich heute irgendwo so ein ganz besonderer Tag, weil die Sendung ist ja Dabbing for Beginners oder das Einmaleins des Dabbs, kann man es auch nennen. Und ja, ich habe mir überlegt, wer kann mir dabei helfen. Und dann ist mir mein alter, bekannter Zuschauer und ihr kennt ihn sowieso alle, das weiß ich, und ihr mögt ihn alle, Wins & Weed, der ist bei mir und der hilft mir heute so ein paar Wörter zu lösen, weil ich finde, für die Leute, die kein Englisch sprechen, ist es gar nicht so einfach. Und wen kann man sich da Besseres holen als den Turbinator? Und ich sage herzlich willkommen in meiner Sendung und echt danke, dass du dabei bist. Ja, danke für die Einladung, Mario. Ja, du bist ja eigentlich auch ein alter Hase. Wann hast du eigentlich angefangen zu dabben? Du bist ja nicht mit dabben angefangen, oder? Also bevor du Jones brauchst, sag ich mal. 2010, glaube ich. 2010 fing das so bei mir an, Thema zu werden. Und da hat man so gesehen, was die Amerikaner machen. Damals war das Internet noch recht klein, Social Media war noch nicht so groß wie heute. Aber man hat schon immer über den großen Teich rüber geschaut. Und ja, da ging das so nach und nach los. Und das ist eine ganze Kultur. Und die Kultur ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten auch echt viel gewachsen. Ja, ich finde auch, da hat sich echt einiges getan. Also nicht erst seit der Legalisierung, sondern schon vorher gerade für neugierige Leute. Kann man eigentlich mal erklären, was ist dabbing oder wo kommt das Wort eigentlich her? Sind da wirklich viele englische Begriffe oder amerikanische? Ich glaube, dabbing ist sowas wie Tupfen. Ich glaube, das kommt einfach daher, dass man vorne an so einem Dabbing-Tool, also an so einem Tupfer-Tool, dann am Ende so ein bisschen Extrakt hat und das dann so ran hält. Wie das funktioniert, was das ist, da werden wir jetzt, denke ich, sicherlich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber man kann sagen, dass, wenn man mal so ein bisschen in die Cannabis-Geschichte guckt, die Leute schon sehr früh gemerkt haben, dass die Potenz in Ölen liegt und in Konzentraten. Und in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich da sehr viel getan. Wir wissen ja, dass viele Cannabis-Konsumenten auch sehr krasse Tüftler sind. Und das Ziel ist ja immer, die Pflanze in ihrer reinsten und schönsten Form zu erleben. Und da haben wirklich viele Leute dazu beigetragen, durch ihre Innovation, wie man dieses Cannabis-Öl-Konzentrat, nennen wir es jetzt erstmal, immer sauberer bekommt. Und wenn ich überlege, das erste Mal, als ich Öl in die Finger gekriegt habe, das war so eine Mischung aus den heutigen Konzentraten und Rick-Simpson-Oil, tiefschwarz. Kein wirklich schönes Erlebnis vom Geschmack her. Aber in den Jahren darauf hat sich viel getan, was die Extraktion angeht. Also so in den letzten 20 Jahren ist da unglaublich viel Innovation gekommen. Und ich glaube, dass jetzt in den nächsten Jahren, wo die Märkte immer liberaler und legaler werden, wir dort noch ganz viel Innovation erleben werden, was Konzentrate angeht. Ja, man sieht ja auch immer noch, es kommt immer noch viel aus Übersee oder also viele gute Sachen kommen halt immer noch von weiter weg oft. Also irgendwie, als wenn unsere Leute noch nicht so weit wären oder ja, hat sich einfach noch nicht so verbreitet. Oder was glaubst du? Dem würde ich widersprechen. Die Kultur in Europa ist halt im großen Unterschied zu der USA immer noch sehr stark im Untergrund. Die Amerikaner haben einfach einen Wettbewerbsvorteil, wenn es um auch das Lernen und sich entwickeln geht. In dem sie halt legal arbeiten können, sehr viel in ihre Extraktions-Equipment und Facilities, also in ihre Extraktionslabore investieren können. Und ich muss dafür sagen, wir haben in Deutschland und auch in Europa, also jetzt Europa mal allgemein gesprochen, sehr, sehr gute Extrakteure. Aber die arbeiten halt alle noch im Untergrund. Ja, klar, so Spanien und so, da kommt schon viel her. Fangen wir mal wieder beim Anfang an. Welche oder was braucht man eigentlich zum Dämmen oder was ist ganz wichtig? Ich möchte jetzt anfangen zu Dämmen. Was brauche ich da jetzt alles? Naja, als erstes brauchst du erstmal ein Konzentrat, was du dämmen kannst. Gibt es ja unterschiedliche Arten. Jetzt als Ausgangsbasis, man teilt es in zwei Gruppen ein. Einmal in die lösungsmittelextrahierten Konzentrate und in die lösungsmittelfreien Konzentrate. Wir bleiben da heute mal sehr einfach. Was sind Lösungsmittelextraktionsmittel, also was sind Extraktionsmittel auf der Lösungsmittelseite? Butan, Alkohol, Propan. CO2 zählt auch zu den Lösungsmitteln. Die funktionieren bildlich gesprochen so, dass wenn diese Lösungsmittel an den Trichomen vorbei strömen, die Trichomenhöhlen auch meistens schon aufgebrochen sind und die Cannabinoide und Terpene von diesem Extraktionsmittel, das nennt sich mit durch Polarität zum Teil, wirklich angesaugt, also festgehalten und mitgerissen werden. Dann ist aber das Problem, erstmal sind diese Lösungsmittel alle gefährlich im Umgang jetzt für den heimischen Anwender. Dafür braucht man am besten optimalerweise eine Ausbildung, wie man mit Laborequipment und diesen Lösungsmitteln umgeht und man braucht auch einen explosionsgeschützten Arbeitsbereich, sonst können da sehr schwere Umfälle passieren. Und das nächste große Problem bei Lösungsmittelkonzentraten ist im Heimanwenderbereich, wenn die das versuchen herzustellen, dass sie meistens nicht das richtige Equipment oder das nötige Wissen haben, diese wieder aufzureinigen, weil diese Lösungsmittel bleiben an den Cannabinoiden wortwörtlich kleben. Und deswegen bin ich ein absoluter Befürworter der lösungsmittelfreien Extrakte. Die kann man sich erstmal viel schneller und auch viel einfacher herstellen, auch als Heimanwender. Dafür braucht man keine gefährlichen Lösungsmittel. Dort arbeitet man dann mit Wasser, Eis, Kälte und auch Pressen. Wer sich darüber informieren will, kann sich gerne mal zum Thema Waterhush und Rosin informieren. Gerne auch bei mir auf dem Kanal gibt es viel guten Content zu. Und um es kurz abzuschließen, beide Extrakte können ein wundervolles Erlebnis sein. Wenn sie richtig hergestellt wurden, dann sind sie auch sicher zu konsumieren, aber nicht sicher zum Herstellen die lösungsmittelfreien Konzentrate für die Heimanwender. Um das mal kurz abzuschließen, ist das natürlich auch so eine Einstellungssache. Es ist ein bisschen wie, wenn man sich normal ernährt oder organisch, biologisch ernährt. Viele haben da auch so ein Mindset, dass sie sagen, ich möchte keine lösungsmittelextrahierten Sachen konsumieren. Verständlich. Aber schön erklärt. Jetzt hast du mal erklärt, Extrakt brauchen wir. Gut, Hammer. Hast du schon sehr weit ausgeweitet. Okay, meinen Extrakt habe ich. Was brauchen wir noch? Dann geht es darum, Extrakte werden nicht verbrannt, sondern sie werden verdampft, vaporisiert. Und dafür gibt es unterschiedliche Geräte. Es gibt einmal elektronische Geräte und die klassischen Dab Rigs nennt man die. Davon hast du ein paar auf dem Tisch stehen. Ich habe jetzt hier auch mal was Klassisches mitgebracht. Das haben viele Leute vielleicht schon mal bei Instagram oder so gesehen. Da benutzt man sowas. Also was ist so die Grundausstattung, um ein Konzentrat zu inhalieren? Man braucht einmal die Rig. Das ist eine kleine Wasserpfeife. Man braucht dazu anstatt bei einer Bong ein Köpfchen, was hier Banger heißt. Davon gibt es ganz viele unterschiedliche Formen. Das ist dann eher was für Fortgeschrittene. Aber das hier ist, sagen wir mal, so ein Bucket. Banger ist so der Standard. Was braucht man noch? Ein Carb Cap, um das Konzentrat gleichmäßig verdampfen zu lassen. Und dann am besten noch ein kleines Werkzeug, damit man das Extrakt nicht an den Finger kleben hat. Und dann, das ist so das klassische, traditionelle, kulturelle Gut, eine Torch, eine Flamme. Das ist nicht für jedermann was. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ist aber tatsächlich die Kultur, die dahinter steckt. Ich lebe sie auch. Aber man kann auch, wenn man möchte, sich einen elektronischen Dab Break holen. Da gibt es viele Firmen. Das hier ist der Eric Depton, den habe ich mitgestaltet. Da gibt es auch von anderen Firmen viele gute Geräte. Bei denen ist der Vorteil, man packt das Extrakt rein, drückt einen Knopf, stellt eine Temperatur ein. Auch sehr verführerisch, wenn man sich eventuell nicht mit diesem klassischen kulturellen Dab Break beschäftigen möchte. Beide Wege sind gut. Wer aber in die Kulturtiefe eintaucht, wird über kurz oder lang auch mal die Freude an so einem klassischen Dab Break haben. Und dort gibt es dann unterschiedliche Einstiegspunkte. Man kann sehr einfach mit so einer Schiene-Rick anfangen. Aber man kann sich dann auch von Glaskünstlern irgendwann so eine Dab Break, wie du sie da hast, herstellen lassen. Und das nennt sich dann auf Englisch Functional Art. Was Wundervolles, denn es ist ein funktionierendes Kunstwerk, durch das du ein wundervolles Konzentrat, was an sich auch für sich schon ein Kunstwerk ist, erleben, inhalieren und wirklich spüren kannst. Also das ist deswegen, muss ich sagen, meine kleine Hommage an die klassischen Ricks. Das ist wirklich Kunst, wenn sie dann von Künstlern wie deine hergestellt wurde, durch die man Kunst genießt und somit ein wundervolles Gesamterlebnis erleben kann. Genau. Ja, sehr schön. Philosophiert. Du, was sollten Anfänger eigentlich so über, ich bin da immer sehr schlecht im Schätzen, weil ich so hoch dosiere. Aber wie sollte ein Anfänger anfangen? Soll er mit 0,1 anfangen? Wie tastet man sich daran? Erstmal ist es ganz wichtig, wir wollen bei Konzentraten erstmal ein Vorurteil abbauen. Wenn wir über Konzentrate mit Leuten sprechen, die sich damit noch nie beschäftigt haben, kommt bei denen immer der erste Gedanke, oh, das klingt nach super starker Potenz, einen unglaublich starken Rausch und haben Angst davor. Und es ist ganz das Gegenteil. Es ist eine der schönsten und pursten Arten Cannabis oder die Cannabispflanze in ihrer Essenz zu erleben. Und ganz wichtig ist als Beginner, man geht mit ganz kleinen Dosen los. Also da geht es wirklich um kleine Spitzen. Das kann ich gleich nochmal zeigen. Also ich kann euch das nochmal zeigen, nicht wie bei Instagram, wenn ihr da seht, dass da Leute so ein ganzes Paddel sich voll machen, sondern als Anfänger tatsächlich, wenn mir jemand sagt, er hat noch nie Dabs konsumiert, dann fängt man wirklich mit einfach mit so ein ganz bisschen vorne an und das reicht schon vollkommen aus, um genau das, was wir erreichen wollen, zu schaffen, nämlich unglaublich wundervollen, blumigen Geschmack und keine starke, eine überfordernde Wirkung, sondern eher ein mit der Pflanze sich vereinen und sie spüren, ohne sich überfordert, sondern eher geborgen zu fühlen. Da spielt noch eine weitere Sache eine Rolle, das ist die Temperatur. Über die Temperatur kann man sehr genau steuern, wie die Wirkung und wie das Erlebnis ist. Es gibt sozusagen drei Kategorien. Es gibt Low Temp Dabs, es gibt Normaltemperierte Dabs und es gibt Hot Dabs. Die heißen, da leidet der Geschmack ein bisschen und die Wirkung ist sehr stark. Das empfehle ich auf gar keinen Fall Anfängern. Ich selber mache das auch ganz selten. Wo liegt die Temperatur bei heißen Dabs? Ich würde sagen, von 310 bis so 280 ist es recht warm. Zwischen 280 und 250 ist so die mittlere Bereiche, 250 bis 230. Das ist dann kalt. Als Anfänger gerne irgendwie bei 270, 250 oder sogar 240 einsteigen, dann erlebt man nur den Geschmack. Meine Lieblingstemperatur ist tatsächlich, wenn es um Geschmack und Erlebnis geht, 275. Wenn mal die Wirkung ein bisschen stärker sein darf, dann würde ich so bei 300 leben. Weil höher kann man ja immer noch. Also es ist immer schöner. Ja, macht gar keinen Sinn. Ja, umso höher du gehst, umso mehr leidet dann der Geschmack. Und ich muss dir sagen, ich mag an, wenn ich auf einer kulturellen Cannabis-Veranstaltung bin, wo viele Konzentrate sind, mag ich es auch sehr, die unterschiedlichen Arbeiten der unterschiedlichen Extrakteure kennenzulernen. Und deswegen sind kleine Dabs dort von Vorteil, weil auch bei mir ist dann irgendwann ein Ende im Gelände. Du hast jetzt am Anfang schon erwähnt, es gibt lösungsmittelorientierte und lösungsmittelsfreie Konzentrate. Und da gibt es jetzt aber auch Unterschiede. Also da gibt es ja Wax und da gibt es Shader und da gibt es was weiß ich nicht alles. Kannst du da ein paar aufzählen und die mal so ein bisschen unterscheiden, dass die Leute sich auskennen? Kann man das umreißen? Ja, was du gerade ansprichst und die Begriffe, die du genannt hast, wie Wachs und Shatter, das sind unterschiedliche Konsistenzen und Ausprägungsarten. Es ist immer dasselbe, ein Konzentrat besteht aus Cannabinoiden und Terpen, wenn sie gut gemacht sind und keine Pflanzenteile und wenig Wachse. Und erstmal spielt das Verhältnis, es sind mehr Terpene, wird es immer flüssiger, also mehr saucy, mehr honigartig sein. Wenn es hingegen dann so ein bisschen dicker oder sogar zum Teil crunchy oder kristallin ist, dann sieht man dort tatsächlich einen sehr hohen THC-Anteil. Es ist so, dass Konzentrate, nachdem sie hergestellt wurden, noch nachgreifen und noch verfeinert werden. Und dort entstehen dann so wachsige Konsistenzen, sowas wie ich jetzt hier habe, das ist recht wachsig. Shatter kommt von, wie das eine Scheibe zerbricht, das findet man heutzutage selten. Das ist nämlich eher, wenn man mit Butan und Lösungsmittel extrahiert, da kriegt man, vielleicht kennen das noch manche, so eine Flatschen mit so ganz vielen Löchern drin, sehen goldgelb aus, genau, und die brechen halt. Heutzutage, da hat sich auch viel getan, was angesagt war, so 2010 war Shatter das Beste, was du finden konntest. Heute sind es meistens eher so wachsige, so wie dicker Honig, der so ein bisschen crunchy ist. Das sind so eher heute die Konsistenzen, die man bei Premium-Produkten vorfindet. Also, man kann es fast gar nicht alles aufzählen, weil es wirklich viele, viele Arten gibt. Und wie du schon sagst, das liegt dann auch am Herstellungsprozess wohl noch und am Curing wohl auch, was man dann eigentlich für ein Endprodukt dann später hat. Was favorierst du eigentlich? Also, was ist dein Favorit? Also, ich sag mal, jetzt von welchem Konzentrat ich bevorzuge? Genau, genau. Machst du lieber Rosin? Also, ich würde sagen, Rosin, also Rosin ist ein lösungsmittelfreies Konzentrat. Ich würde sagen, Rosin ist so mein Overall-Favorite. Aber es ist nicht so, dass ich Lösungsmittelkonzentrate von der Bettkante stoße. Wenn sie gut gemacht sind, können sie eine ganz eigene Welt sein. Und ich finde auch, dass, da geht es jetzt ein bisschen tiefer, aber ich habe so persönlich die Erfahrung gemacht, dass gewisse Lösungsmittel, gewisse Terpene ganz effizient extrahieren und manche nicht. Und dass bei der lösungsmittelfreien Extraktion andere Terpene besser extrahiert werden. Deswegen sind das zwei Welten für sich. Und wie ich sagte, wenn sie gut gemacht sind, auch die Lösungsmittelkonzentrate, kann man in beiden Honigtöpfen ganz gut naschen. Aber ich eher solventless. Ich, wie wahrscheinlich auch du, nutze das Derben ja eher medizinisch. Also ich zumindest, weil, wenn ich das zu oft mache, dann turnt mein Gras nicht mehr immer medizinisch. Und deshalb muss ich schon mal so ein bisschen, wenn ich Schmerzspitzen habe, dann benutze ich das. Und natürlich so oft Caps und so, wo man ist. Denn natürlich, da wird es dann mal öfter genommen. Aber das ist wie, als wenn man mal irgendwo in eine Kneipe geht und ein, zwei B mehr trinkt. Was ich aber wissen wollte ist, kann man, also viele, die fragen, hey, boah, ist das nicht urstark und, und, wah. Und kann man das den Leuten erklären, wie anders das ist als ein Joint oder eine Bon? Ich sage immer, das ist ein medizinisches Hai. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch versuche, darüber aufzuklären, dass es nicht um stark und viel und dolle geht, sondern eher um klein, wenig und richtig fein. Kleine Mengen mit niedriger Temperatur Temperatur sind ein sehr entspanntes Erlebnis ohne großen Stress und ohne starken Rausch. Und deswegen ist es wichtig, dass die Leute einfach verantwortungsvoll mit sich umgehen. Und ich habe damals, 2011, habe ich einen sehr, sehr guten Extrakteur kennengelernt. Den ersten Extrakteur, den ich persönlich kennengelernt habe, 2011. Und ich habe den bei ihm zu Hause besucht. Und das war das erste Mal, wo ich ein nicht selbstgemachtes Konzentrat testen konnte. Und er fragte mich, ob ich schon viel Erfahrung hatte. Und ich war gerade so vielleicht, ja, so ein halbes, dreiviertel Jahr mit der Geschichte beschäftigt. Und er hat mir eine Warnung ausgesprochen, die ich mein Leben lang beherzigt habe. Er meinte zu mir, Vincent, ich bin gerade auf Entzug von den Dabs. Ich habe mir mein Cannabinoidesystem ein bisschen aus den Fugen gerissen damit. Ich habe zu viel Dabs geraucht. Ich habe die Freude an Flowers verloren. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich liebe Flowers, also Blüten so sehr, dass ich niemals mich von Konzentraten so sehr anlocken lasse, dass ich die Liebe zu Blüten verliere. Und der Trick dabei ist tatsächlich, das als etwas Besonderes zu sehen. Wenn man es medizinisch verwendet, dann ist das eine Sache für sich und kann sehr gut funktionieren. Gerade bei Schmerzpatienten sehr gut. Und wenn man es freizeitlich für sich verwendet, dann würde ich tatsächlich Deben eher in die Kategorie packen, du trinkst ja auch keinen Whisky unbedingt alleine, vielleicht mal ganz selten einen kleinen, aber eigentlich holst du den raus, wenn ein guter Kumpel kommt oder wenn du am Wochenende dich mit Leuten triffst, die auch gerne Whisky genießen, dann konsumiert man, trinkt den Whisky und tauscht sich darüber aus. Genauso ist es auch mit Konzentraten. Du wirst mich privat nicht wirklich viel Konzentrate, außer so ein bisschen medizinisch, punktuell nutzen sehen, sondern das ist mehr ein gesellschaftliches Ding. Heißt nicht, dass ich sie nicht alleine auch konsumiere, aber was ich sagen will ist, gerade im Reizeitlichen, passt auf euer Endokannabinoides-System auf, zerschießt es euch nicht mit einer zu hohen Toleranz, die ihr Mann damit aufbauen kann. Genau, das meine ich. Na, das ist absolut richtig, was du sagst. Und ich glaube, insgesamt sollte man auch alles, also auch Bons. Und so sollte man eigentlich Ritual machen und nicht so wegrauchen wie Zigaretten, sondern... Verantwortungsvoller und reflektierter Konsum ist das Stichwort. Absolut. Du, wie sieht es eigentlich mit der rechtlichen Seite aus beim Deppen? Also erstmal, diese Produkte wird es in den nächsten zehn Jahren nicht legal zu kaufen geben. Eventuell ist es so, also man muss aufpassen, im Gesetz steht ja sowas wie das Extrahieren. Ich will da nicht zu tief eintauchen, da bin ich auch mal jetzt sehr deutsch. Wir extrahieren nichts, wir ziehen nichts raus mit Lösungsmitteln, sondern wir separieren. Also der erste Schritt, hatte ich vorhin gesagt, wer sich tiefer damit beschäftigen will, ist, der Produktionsprozess zu einem Lösungsmittelfreien Rosin ist, man nimmt eine frische Pflanze, macht sie zu Wasserhasch und dieses Wasserhasch presst man dann zu Rosin. Ich will ganz kurz zwei Sachen zu diesen Prozessen erklären. Wasser ist kein Lösungsmittel in dem Fall, sondern ein Trägerstoff und ein Separierungsmittel. Wir sieben die kleinen Resin Heads, also die Trichomköpfchen von dem Pflanzenmaterial. separieren wir das durch Siebung und kalten Wasser. Da löst sich kein Stoff im Wasser auf und später separieren wir die Wachshülle von den Inhaltsstoffen durch das Rosinpressen. Und für mich ist deswegen das Rosinkonzentrat und Hasch was legal ist, wohingegen Lösungsmittel extrahierte Sachen ausdrücklich vom Gesetz verboten sind. Das ist noch eine schwierige Sache und bevor wir wahrscheinlich sowieso diese Fachgeschäfte nicht haben werden, wie wir jetzt gehört haben, erst mal jetzt noch schwieriger wahrscheinlich. Aber ja, wir sind wieder bei den Anfängern, sage ich jetzt mal. Wir wollen es ja auch gar nicht zu tief reingehen. Welche Ratschläge oder so Sachen, was sollten Neulingen noch so wissen, wie zum Beispiel Lagerung oder vielleicht sollten wir auch mal das Thema mit Reinigung erwähnen, weil das ja auch immer mit Alkohol zusammenhängt. Also zur Lagerung ist es erst mal so, so ein Konzentrat, wenn man es verantwortungsvoll und auch vielleicht für besondere Momente hat, nicht sofort auf eins verbrauchen. Man kann Konzentrate einfrieren. Man kann und sollte Konzentrate im Kühlschrank lagern. Dafür gibt es auch Weinkühlschränke, die sich sehr gut dafür lagern, fürs Lagern eigenen. Eine Sache ist wichtig, wenn man es aus einem kalten Bereich rausnimmt, ein Tiefkühler und normaler Kühlschrank. Dann empfehle ich, dass man die Gefäße, in denen die Konzentrate hoffentlich sehr gut verschlossen sind, in Stoff einwickelt und dann erst mal für eine halbe Stunde, 40 Minuten irgendwo hinstellt, in Schatten, nicht in die Sonne. Das führt dazu, dass keine Kondensation entsteht, weil einfach der Körper, das ist jetzt Physik, langsam die Temperatur annimmt und dadurch keine Kondensation an der Oberfläche passiert. Das führt dazu, dass ihr euer Konzentrat schonender aus der Kälte in die Raumtemperatur überführt und es euch auch nicht irgendwie umkippen oder so schnell schlecht werden kann, weil die Kondensation passiert auch in drinnen im Glas. Das ist ein wichtiger Tipp. Und der weitere Tipp ist, wenn ihr euch mit Dab Rigs, mit solchen klassischen, mit Torch, also mit einer Flamme beschäftigt, dann achtet ein bisschen drauf, dass das immer sehr heiß ist, dass man sich verbrennen kann. Du hast dort vorne so ein Gefäß zum Reinigen, da kommen wir gleich noch zu, das habe ich hier auch von Debtory, da ist purer Alkohol drin und da muss ich jetzt wirklich ganz groß Achtung rufen, niemals dieses Gefäß offen auf dem Tisch stehen lassen, nur aufmachen zur Reinigung und sofort wieder verschließen und eine ganz wichtige Regel, ihr macht die Torch als Beginner und auch als Fortgeschrittene nicht an, solange so ein Gefäß offen auf dem Tisch steht. Das ist absolut tabu. Da habe ich den Wind mal in die Luft gehen sehen, da waren wir in einem Club und da hat das einer gewagt. Das ist nicht nur einmal, das ist mir auch schon passiert, das passiert erfahrensten Leuten und der Weg da raus ist, kauft euch elektrische Rigs. Auf der anderen Seite, wenn ihr die Kultur ganz erleben wollt, also noch ein kleine Hommage an die Extrakteure, das sind keine Extrakteure für mich, das sind Extraktionskünstler, deren Produkte, da stecken mehrere Jahre an Vorbereitung und sehr viel Passion und Perfektionismus drin für die Top-Extrakte, Konzentrate. Ja. Dieses Konzentrat für sich ist ein Kunstwerk, was ihr erleben könnt. Ihr könnt, ein Bild könnt ihr euch nur angucken, ein Musikstück könnt ihr nur anhören, aber diese Sachen, die könnt ihr mit eurem Körper erleben und ihr kombiniert im Endeffekt ein Kunstwerk mit einem funktionalen Kunstwerk und das zusammen ist was sehr Schönes und die Kultur sollte auf jeden Fall sehr gepusht werden und das tun wir hier, indem wir darüber aufklären, die Leute an das Thema heranführen, auf verantwortungsvollen Konsum proklamieren, damit die Leute damit eine gute Beziehung mit der Pflanze und den Konzentraten eingehen. Ja, ganz wichtig. Also würdest du jetzt einem Anfänger eigentlich eher eine, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, mit Burner und Rick empfehlen oder eigentlich eher doch eine E-Rick zu sagen? Ich habe so angefangen. Es ist natürlich, ich mache es mal so, wer sich für die Kultur interessiert, sollte auf jeden Fall sich eine Rick holen und auch gerne sich dann informieren, was wir für lokale Künstler in Deutschland haben. Von deiner Rick, die ist glaube ich von Smurfglas. Die ist von Haschbar. Haschbar, Entschuldigung. Das ist aber ein sehr guter Künstler aus Tschechien, zum Beispiel Haschbar. Wir haben in Deutschland sehr viele tolle Künstler. Damit kann man sich beschäftigen. Also wer die Kultur leben will und wer auch auf so eine Sessions am, da könnt ihr auch mit elektronischen Geräten hin. Aber ihr werdet dort erleben, die Kultur lebt es mit traditionellen Ricks und beides ist gut und beides ist richtig und wer nur den einen Weg geht, ist das vollkommen in Ordnung. Wer beides benutzt, prima. Und wer nur elektronische benutzt, weil das sein Weg ist, dann ist das absolut gut und richtig. Hier ist noch ein ganzer Künstler, in der es hat unter Hochwasser gelitten, leider die letzte Führung, wenn ihr euch erinnert, nämlich Merlin Bungs. Auch ganz schön. Ja, richtig. Also der ist wirklich, Merlin war einer der allerersten mit, ich würde sagen, gehört zur ersten Handvoll deutscher Rick-Künstler, Glasmacher und da zählen auf jeden Fall Sascha Badabing, Frank Fleischer und solche Leute mit Rhein-Merlin, definitiv, Martin und ja, da gibt es noch einige mehr, das ist was Wundervolles. Also könnt ihr euch gerne schlau machen und ich empfehle auch, wenn ihr euch über solche Themen weiter informieren wollt, zum Ersten könnt ihr das Internet dafür sehr gut benutzen, das hatten wir damals nicht in diesem Ausmaß und kommt auch gerne auf Events. Dort kommt ihr mit den Leuten sehr in Kontakt, ihr könnt Leute wie Mario oder andere Leute mit Ricks auch einfach fragen. Jeder, der sowas auf dem Tisch auf einer Veranstaltung stehen hat, der erzählt sehr gerne was darüber. Ganz wichtig, eine weitere gute Sache, fasst bitte die Rick eines Fremden auf einer Session niemals an. Das funktioniert, da muss man so ein bisschen Höflichkeit weiten lassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Rick von Mario angucken wollen würde, dann ist es ganz wichtig zu fragen. Und weil so eine Rick von Mario, die kann ganz schnell mal in die hunderte Euro gehen, wohingegen meine jetzt einfach mal nur 129 kostet. Und ich, Leute, das sind Geschichten, die wirklich passiert sind. Da sind Beginner das erste Mal auf einer Sesh, haben eine Rick angefasst, die ist umgekippt und plötzlich mussten sie der Haftpflichtversicherung erklären, dass sie eine Glaspfeife im Wert von mehreren hundert Euro kaputt gemacht haben. Ja. Also immer frei. Was sollte man eigentlich noch so in Richtung Pflege von diesen Dingern erwähnen? Man reinigt seine Dab-Rick, also erstmal die Banger, die reinigt man eigentlich nach jedem Benutzen. In einem Alkoholbad lässt die dann, und dann hat man meistens noch ein Mikrofasertuch. Man kann auch, das haben wir früher nur gemacht, man kann auch den Banger immer wieder ausbrennen und einfach benutzen. Dann kriegt es ein ästhetisches Manko, dann werden die milchig, das nennt sich Chasen. Und dann, ja, wenn man das, theoretisch kann man mit einem einfachen Banger nicht ganz so penibel sein, wohingegen, wenn man dann irgendwie einen schönen fortgeschrittenen, das hier nennt sich Terp Slurper, das Ding ist so ein bisschen eine Shotgun. Im Gegensatz zu dem Banger hat der hier eine ganz andere Wirkungsentfaltung. Das würde jetzt ein bisschen zu tief gehen, das hat damit zu tun, wie schnell, wie viel Konzentrat auf einmal evaporisieren kann. Ja, dann die Rig, immer mit Alkohol und warmen Wasser und Glasreiniger. Es geht auch Spülmaschinentabs, da ein bisschen vorsichtig sein. Manche Rigs reagieren da ein bisschen drauf, aber warmes Wasser, Alkohol und hier Reinigungssalz. Wenn es mal irgendwie eine Stelle gibt, wo was hängen bleibt, weil man zu faul war und es erstmal ein paar Tage stehen lassen hat, dann bappt das nämlich fest. Dann irgendwie Salz einfüllen, Alkohol, Löcher zu und richtig dolle schütteln. Sehr gut. Sicherheitsvorkehrungen haben wir auch schon gesagt, das heißt, auf jeden Fall die Dinge immer zu, also bevor ihr den Burner anmacht, wenn ihr den braucht. Ja, und ich glaube, wir haben da jetzt echt viel auf euch eingeprasselt und ich glaube, wir haben da gut was erklärt, oder? Ich würde auch sagen, Deming-Grundlagen einmal durchgespielt. Schon. Ja, und ich kann noch so kurz sagen, also was mir noch so aufgefallen ist. Eine letzte Sache, eine letzte Sache. Wir sind jetzt hier jetzt nicht darauf eingegangen, wie man das wirklich aufheizt. Dafür gibt es eigene Videos auf meinem Kanal, weil das würden wirklich jetzt wieder ein paar Minuten füllen. Schaut euch das Video zum Dabbing-Grundlagen an. Da zeige ich auch, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, zu dabben. Entweder man erhitzt es und fügt das Extrakt dann zu oder man packt das Extrakt rein und erhitzt es dann. Das ist auch sehr gut für euch Anfänger. Da müsst ihr euch nicht so viel mit Temperatur beschäftigen. Das nennt sich Cold Start Extrakt. in diesen Bänger rein, das Carbcap weglassen, mit einer Flamme von unten so lange heizen, bis es anfängt zu brutzeln. Sofort die Flamme weg, Carbcap drauf, genießen. Super. Ja, sehr schön. Und ich habe noch festgestellt, weil ich ja ein alter Bonraucher bin, dass ich am Anfang zu feste gezogen habe, so wie, weißt du, und dann musste ich mich auf einmal ziemlich abhusten und habe dann gemerkt, okay, wenn ihr das mal, oder wenn euch das mal passiert, dann versucht zumindestens flach zu atmen und nicht sofort zu sprechen, sondern trinkt einen Schluck Wasser, sprecht am besten erstmal nicht und dann kann man besser atmen. Genau so sieht es aus. Ja, in diesem Sinne, sage ich nochmal, ey, war eine Ehre mit dir jetzt, Irma, das mal erklären zu lassen. Selbst ich konnte noch viel dazulernen und ja, man lernt ja nie aus hier in diesem Bereich. Also es ist, wie du schon sagst, es gibt so viele innovative Leute, die auch immer wieder was neu entwickeln, was anders machen und es bleibt spannend und von daher finde ich es toll, dass wir jetzt auch mal was für Anfänger gemacht haben und dass die mal so einen kleinen Einstieg da bekommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Vincent, das brauche ich euch nicht zu sagen, der geht da oft ins Eingefleischte und ja, wir bleiben dran. In diesem Sinne danke und wir sehen uns bestimmt auf der nächsten Messe. So sieht es aus. Ciao.